Robert! Der Mann, der unter dem Ventilator saß, wandte sich träge um. Dann erkannte er mich. Mein Gott! Er sprang auf. Wie in aller Welt kommst du denn hierher? Über die offene Veranda hinweg wies er auf die staubigen Palmen, die dastanden wie die abgekämpften Letzten eines verlorenen Bataillons. Aus dem Lautsprecher, der an einem weiß getünchten Pfosten hing, klangen in monotonem Wechsel monotone Sätze. Zuerst in unserer Sprache, dann in der Sprache des Landes. Ich bin hergekommen, um über die Sache hier zu schreiben, sagte ich. Das ist doch einen Artikel wert, besonders für unsere Blätter zu Hause, dass wir diese Brücke gebaut haben. Immerhin ist unser Projekt den besten Entwürfen der westlichen Konkurrenz vorgezogen worden. Aber wem erzähle ich das? Schließlich bist du der Mann, der die Brücke gebaut hat. Der Mann, der die Brücke gebaut hat, sagte Robert, steht jetzt dort und hält eine Rede. Oh, sagte ich. Whisky und Soda? Robert setzte sich wieder hin und schob Flaschen und Glas über den Tisch. Das stetige Schwirren des Ventilators, der unter der Decke angebracht war, hielt die spärlichen Haare auf seinem sonnengebräunten Schädel in leiser Bewegung. Robert war älter geworden. Hagerer und älter, mit einem sehnigen Hals und müden, rot umränderten Augen. Vielleicht trank er zu viel. Und was ist das für ein Mann? Fragte ich. Er heißt Kriwitzki, sagte er. Hoffentlich versteht er von der Technik mehr als vom Reden, sagte ich. Willst du damit sagen, dass du noch nie von Kriwitzki gehört hast? Erkundigte sich Robert. Was bist du für ein Journalist? Er hat den großen Viadukt über die Lungfoschlucht gebaut und den Damm der Nord- und Südmachaba verbindet und die Hängebrücke über den blauen Wani. Du müsstest doch etwas gelesen haben von der Berühmtheit, die unser großer Ingenieur erlangt hat und von dem großen Ansehen, das er unserer Republik eingebracht hat. Er trank. Ich erinnerte mich dunkel. Da hatte in den Zeitungen und Zeitschriften einiges gestanden über diese Brücken. Die gleichzeitig auch Brücken waren von unserer sozialistischen Republik zu den von dem Kolonialismus befreiten Ländern und dass wir nicht bloß technische Kenntnisse exportierten, sondern auch Freundschaft zwischen den Völkern. Nur dachte ich immer... Ich dachte immer, der Lungfosviadukt wäre deine Arbeit, Robert, meinte ich. Hast du mir das nicht selber gesagt, als wir uns das letzte Mal trafen? Das war vor vier Jahren, erklärte er. Inzwischen bin ich eines Besseren belehrt worden. Ich goss meinen Whisky in einem Zug herunter. Mein Buschhemd, so dünn es war, kam mir vor wie eine mittelalterliche Rüstung. Dem Ventilator schien es schwer zu fallen, die dicke, heiße Luft zu durchschneiden. Kriwitzkis Stimme klang auf uns herab, voller Würde und Schmelz. Bei uns hieß er immer die Maus. Wer? Fragte ich, erstaunt über sein scheinbares Abschweifen vom Thema. Kriwitzki, sagte Robert. Er hat so ein Mausgesicht. Alles läuft spitz auf die Nase zu, aber selbst der Nase fehlt Charakter. Und wenn er schon ankam mit seinen gezierten Schrittchen... Nein, damals schwang er noch keine Reden. Und wenn er etwas sagte, leitete er es immer mit dem gleichen Satz ein. Natürlich kann ich mich irren, ich bin ja nur der einfache Sohn eines einfachen Arbeiters. Robert, wandte ich ein. Übertreibst du nicht ein bisschen, oder macht das die Hitze? Er lachte freudlos. Geh und schreib deinen Artikel. Sagte er. Sammle seine Weisheiten und serviere sie. Der Leser ist Kummer gewöhnt. Ich kenne Kriwitzkis Rede schon. Du hast noch mindestens 15 Minuten vor dir. Mit Übersetzung sogar 30. Das dürfte dich hinreichend beschäftigen. Und ich habe meine Ruhe. Ich goss mir noch ein Glas ein, ein Drittel Whisky, zwei Drittel Soda und setzte mich in meinem Stuhl zurecht. Es gibt dort unten diese Stühle mit langen Armlehnen, auf denen man die Füße ausstrecken kann. Mit einem Drink daneben ist das in neun von zwölf Monaten die einzige erträgliche Stellung in diesem Lande. Also erzähl, Robert, sagte ich. Ich bin bereits bei meinem Artikel. Er schaute mich über den Rand seines Glases hinweg an. Wirklich? Man wird dir die Geschichte nicht drucken. Sie ist weder schön noch genügend positiv. Noch regt sie zur Vollbringung von Heldentaten sozialistischer Arbeit an. Du bist Ingenieur für Stahlbau und ich für menschliche Seelen, sagte ich. Mach dir daher um mein Fach keine so großen Sorgen. Ich werde das Positive aus der Sache schon herausholen. Na schön, sagte er, rieb sich die Augen und knöpfte sein Hemd auf. Angefangen hat es mit der Verwechslung an der Lungfoschlucht. Irgendeiner in unserer Kaderabteilung hatte entschieden, dass Kriwitzki mitkommen müsse. Vielleicht wollte ihn jemand für ein Weilchen los sein. Oder jemand hatte ein schlechtes Gewissen, weil der einfache Sohn eines einfachen Arbeiters niemals irgendwo hinkam. Oder vielleicht... Aber du bist doch auch ein Arbeiterkind. Ich habe als Schweißer angefangen, sagte Robert ungeduldig. Soll ich damit Reklame machen? Ich verscheuchte ein paar müde Fliegen, die sich auf meinem Knöchel ausruhen wollten. Ich kannte den Weg, den Robert gegangen war, die schwere körperliche Arbeit am Tage, die durchstudierten Nächte, dazwischen die Jahre im Gefängnis, während Hitler Europa einkassierte. Ich hatte nichts für und nichts gegen diesen Mann, fuhr er fort. Ich empfand höchstens eine Art Mitleid mit ihm, diesem Mäuschentyp, der versuchte jemand zu sein und dabei genau wusste, dass er für die Arbeit nicht zu gebrauchen war und sich dennoch ständig bemüßigt fühlte, eine Meinung zu äußern und weder Russisch noch Englisch noch eine der asiatischen Sprachen kannte und überhaupt verratzt und verraten war. So oft ich eine freie Minute hatte, übersetzte ich für ihn oder zeigte ihm die Sehenswürdigkeiten oder versuchte ihm einen Begriff zu geben von dem Land, in dem er sich befand und dem Volk, mit dem er arbeiten sollte. Bis er mir einmal erklärte, dass er als Marxist nicht viel von einem Lande gesehen zu haben brauchte, um zu wissen, was dort los sei. Auch danach zog ich ihn immer noch hinzu, wenn wir mit den einheimischen Ingenieuren verhandelten oder mit den Behörden oder den Arbeitern und ihren Organisationen. Du weißt ja, wie das ist. Du weißt, wie die Menschen hier auf Europäer reagieren. Sogar auf Europäer aus dem sozialistischen Teil Europas. Und wir zwei waren die einzigen Vertreter unserer Republik. Ich wollte die Leute hier nicht merken lassen, dass einer von den Zweien, die zu ihnen geschickt wurden, ein Versager war. Er schwieg einen Augenblick. Die Stimme aus dem Lautsprecher, die das Nebengeräusch zu seiner Erzählung geliefert hatte, wurde deutlicher. Sie sprach über unsere sozialistische Republik und über dieses vom Kolonialismus befreite Land, die beide durch diese Brücke verbunden wurden und dass wir nicht bloß technische Kenntnisse exportierten, sondern auch Freundschaft zwischen den Völkern. Als der Lungphoviaduct fertig war, sprach Robert mit geschlossenen Augen weiter, gab es eine kleine Feier. Das übliche Reden und Fahnen und ein paar Trinksprüche und dann wurde ein Band durchgeschnitten, bevor der erste Zug mit wehenden Flaggen über die Brücke polterte. Wie Weintrauben hingen die Menschen an der Lokomotive. Es war schon großartig, die Lokomotive mit dem roten Stern am Bug. Es war großartig, weil das die erste Lokomotive war, die je die Schlucht überquerte. Ganz hoch oben, wie einer von diesen winzigen Käfern auf einem Grashalm, die man auf chinesischen Aquarellen sieht. Und weil sie ein neues Land erschloss, für ich weiß nicht wie viele Millionen Menschen. Der Hals der Flasche klirrte hart gegen Roberts Glas. Seine Hand zitterte beim Eingießen. Nimm es nicht so schwer, sagte ich. Es packt einen eben manchmal, meinte er, ließ aber offen, was ihn packte. Kann man diesen Krach nicht abstellen? Fragte ich. Er zuckte die Achseln und fuhr fort. Ich musste damals eine Rede halten. Ich versuchte zu sagen, was ich empfand. Ich bin kein besonders guter Redner. Ich sehe etwas, ich spüre es bis in die Fingerspitzen, aber ich habe Hemmungen und kann es nicht in die richtigen Worte fassen. Doch damals waren meine Hemmungen wie weggeblasen. Ich dachte an die vielen Menschen, die gemeinsam gearbeitet hatten, an die vielen tausend Bauern, die geschippt und gehackt und mit ihren Karren den Dreck abgefahren hatten. An die Arbeiter, die in schwindelnder Höhe gehangen hatten, nietend und schweißend, in eisigen Stürmen, in der schlimmsten Hitze, in Nächten, in denen man keinen Hund hinausjagen würde. Und ich glaube, ich habe das einigermaßen zum Ausdruck gebracht, denn nachher kamen ein paar von diesen Bauern und ein paar von den Arbeitern und umarmten mich, als wäre ich ihr Bruder. Und dann, ein paar Tage später, zeigte mir jemand einen Artikel in der Zeitung der nächsten Bezirksstadt und übersetzte mir, dass der weltberühmte Ingenieur B.R. Kriwitzki, den die Arbeiter unserer sozialistischen Bruderrepublik zu uns gesandt hatten und so weiter und so fort, bei der Einweihung des Lungpho-Viadukts, zu dessen Bau er so viel beigetragen hatte und so weiter und so fort, äußerst bewegende Worte fand und erklärte das und so weiter und so fort. Ich lachte. Ich habe damals auch gelacht, sagte Robert. Was kommt es schon drauf an, habe ich mir gedacht. Irgendein Lokalreporter, der weder den einen noch den anderen von uns kennt, hat sich im Baubüro erkundigt und unsere Namen verwechselt und so ist Kriwitzki endlich in die Zeitungen gekommen, wenn sie auch in Buchstaben gedruckt war, die er nicht entziffern konnte und in einer Stadt erschien, die kaum mehr als eine Ansammlung von Lehmhütten war. Ich gab ihm sogar ein Exemplar der Zeitung als Andenken und er hat es mit vielem Dank eingesteckt. Hat er denn das Witzige der Sache nicht begriffen? Robert überlegte einen Augenblick. Vielleicht, meinte er schließlich. Aber wenn auch, auf wessen Kosten ging der Witz? Jedenfalls glaube ich nicht, dass er Sinn für Humor besitzt, sonst hätte das, was nachher kam, nie geschehen können. Was kam nachher? Diese verfluchte Zeitungsnachricht hat uns verfolgt, den ganzen Weg von der Lungfoschlucht bis nach Hause ins Hauptbüro. Als wir in der Hauptstadt jenes Landes eintrafen, war die Geschichte schon bis dorthin gedrungen und begrüßte mich auf der ersten Seite der englischsprachigen Zeitung, die dort erscheint. In Moskau mussten wir das Flugzeug wechseln. Ich hatte gerade genug Zeit, die Abendzeitung zu kaufen. Zweite Seite, dritte Spalte. Brücke von Rekordlänge und Rekordhöhe in Rekordzeit errichtet. Einweihung durch den bekannten Ingenieur BR Krivitsky. Und als das Flugzeug den Boden unserer kleinen Republik berührte, warteten die Fotografen schon auf Krivitsky. Und die Leute von der Wochenschau filmten ihn, wie er die Lauftreppe heruntertrippelte und von sechs kleinen Mädchen in Pionierkleidung mit einem Strauß rote Rosen begrüßt wurde. Vielleicht hast du es sogar zu Hause im Kino gesehen. Ich stand auf. Sobald ich außer Reichweite des Ventilators kam, umhüllte mich die erbarmungslose Hitze. Ich ging trotzdem weiter, aus dem Zimmer über die Veranda, aus dem Schatten in die Sonne bis zu dem weiß getünchten Pfosten. Mit einem Daumendruck ließ ich die große Klinge meines Taschenmessers herausspringen und zerschnitt das Kabel. Die gesegnete Stille, die dann folgte, wurde durch das Lachen hinter mir, wo Robert saß, zerrissen. Ich ging zu ihm zurück. Ich hob meine Füße wieder auf die Armlehnen meines Stuhls und unterbrach sein Lachen mit einer ärgerlichen Handbewegung und fragte, Und er? Was hat er eigentlich zu der ganzen Komödie gesagt? Er? Er hat sich gesträubt mit genau dem richtigen Aufwand an Bescheidenheit. Es wäre zu viel Auszeichnung für ihn und ich müsste die Hälfte seiner Rosen bekommen und schließlich mussten die Pressefotografen ein Bild von uns beiden aufnehmen, von ihm und von mir, umgeben von den sechs kleinen Mädchen. Rührend, sagte ich. Rührend, bestätigte Robert. Aber bei deiner Firma hätten sie doch Bescheid wissen müssen, sagte ich. Sie wussten doch, wen sie geschickt hatten und sie kannten die Fähigkeiten von euch beiden. Gott, ja, sagte er. Natürlich wussten sie. Aber das Komische an den Menschen ist, dass sich die meisten ihres eigenen Urteils nicht ganz sicher sind. Ich erkannte das an der Art, wie sie mich in der Kaderabteilung ausfragten. Sie haben es niemals ausgesprochen, aber ich konnte es förmlich riechen. Vielleicht war doch etwas dran an der Geschichte, die von der Lungpho-Schlucht gekommen war und die die bedeutendsten Zeitungen unserer Republik gebracht hatten. Vielleicht hatte ich mal Pech gehabt bei der Arbeit oder die Übersicht verloren oder ich war einfach krank geworden und Kriwitzki hatte die Leitung übernommen. Deswegen war er ja hingeschickt worden, um sie im Notfall übernehmen zu können. Das stimmte doch. Und konnte man einen Bericht, der in unseren wichtigsten Zeitungen erschienen war, einfach so außer Acht lassen? Schon hatte jemand von der Regierung angerufen und angedeutet, dass im Hinblick auf die Bedeutung des Lungpho-Projektes für die Freundschaft unserer Republik mit den Brudervölkern der anderen sozialistischen Staaten sowie den vom Kolonialismus befreiten Menschen der unterentwickelten Länder Ingenieur Kriwitzki beim nächsten Staatsfeiertag durchaus eine ehrenvolle Erwähnung, wenn nicht gar für einen mit Prämie verbundenen Orden in Frage kommen könnte. Nein, sagte ich. Nein, sagte er. Er hat es nicht bekommen. Damals jedenfalls nicht. Die Fliegen waren wieder da. In diesem Teil der Welt veranstalteten die Fliegen ganze Völkerwanderungen und wo der Stammeshäuptling hinfliegt, fliegen sie alle hin und wo er sich niederlässt, lassen sich alle nieder und trotzen jeder Gegenmaßnahme. Die Fliegen saßen wieder auf meinem Knöchel. Du musst sie marinieren, schlug Robert vor. Versuch's mit Whisky. Ich griff nach der Flasche, füllte mein Glas und schlug mit meinem Notizbuch auf die Fliegen ein. Ich werde mich lieber selber marinieren, sagte ich. Der Einband meines Notizbuches war mit toten Fliegen beklebt. Der Häuptling der Fliegen führte sein Gefolge auf den Lampenschirm zwecks Umdisponierung der Truppe. Warum hast du geschwiegen und kein Wort gesagt? fragte ich. Warum? Robert runzelte die Stirn. Wahrscheinlich, weil es zu peinlich gewesen wäre. Peinlich, auch noch. Der Tag, wo wir uns Empfindsamkeit und andere edle Gefühle leisten können, wird kommen. Wir arbeiten darauf hin, aber es wird noch ein paar Jahre dauern. Nun, sagte er, versetz dich in meine Lage. Auf der einen Seite stehe ich, ein Fachmann von Renommee, bekannt, geschätzt wegen einiger sehr großer Projekte und schlage Lärm wegen einer Sache, die letzten Endes nichts weiter ist als ein Druckfehler. Und auf der anderen Seite Kriwitzki, das Mäuschen, der einfache Sohn eines einfachen Arbeiters und er hat seine erste Chance bekommen, sich draußen zu bewähren und ich erdrücke ihn. Ich sage, er hat überhaupt nichts beigetragen zu dem Viadukt über die Lungforschlucht, alles habe ich selber geleistet, einschließlich der Abschlussrede. Wie hört sich das an? Gut oder schlecht? Schlecht, sagte ich. Na also, fuhr er fort. Dazu kommt, dass sie ihn immer übersehen haben, weil er so klein ist und so mäuschenhaft und gehemmt. Aber andere, so fürchten sie, haben ihn nicht übersehen. Ein Reporter in dem fremden Land dort an der Lungforschlucht, dann Dutzende von Redakteuren und jetzt sogar jemand vom Ministerium? Womöglich haben sie einen Fehler gemacht. Sie sind unsicher, ihr Gewissen macht ihnen zu schaffen. Ein Wort von mir gegen ihn und sie würden noch entdecken, dass sie schon immer gewusst haben, wer der größte Ingenieur der Republik ist und dass Leute wie ich sich verschworen haben, Kriwitzki nicht hochkommen zu lassen. Ich verstehe, sagte ich. Aber gewiss verstehst du, sagte Robert, trank, wischte sich mit dem Handrücken den Mund und dann die Stirn. Aber gewiss verstehst du und er verstand auch. Er spielte seine Karten richtig aus. Er bezwang sich, obgleich er fast platzte im Bewusstsein seiner neuen Persönlichkeit. Er trippelte immer noch herum und leitete seine abgedroschenen Bemerkungen in der üblichen Weise ein, aber seine Bemerkungen wurden häufiger und ihr Ton autoritativer und bei den Konferenzen in unserem Büro saß er manchmal mit großartiger Geste da, den Arm über die Rückenlehne des Stuhls gehakt. Robert drapierte sich in seinem Stuhl und zauberte allein durch seine gewundene Haltung eine perfekte Mischung von Eitelkeit und falscher Bescheidenheit hin. Eine Sekunde später schlug er auf die Fliegen ein, die sich auf seinem verschwitzten Nacken niedergelassen hatten und der widerliche Eindruck war verschwunden. Dann kam der Machaba Damm sagte er und die Frage wer dort hingehen und die Verantwortung für den Bau übernehmen sollte. Bist du mal über den Damm gefahren? Ich schüttelte den Kopf. Aber ich habe gelesen dass es eine sehr schwierige Arbeit war. Leicht war es nicht sagte er. Die Fliegen hatten sich davon gemacht und er war wieder ruhiger geworden und trank in kleinen Schlucken. Nicht etwa dass die Bucht von Machaba besonders tief wäre aber sie hat praktisch überhaupt keinen Grund. Was man auch hineinkippt wird vom Schlamm aufgesaugt unheimlich und ein Teil des Dams musste als Drehbrücke gebaut werden damit die Schiffe vorbeikommen. Also hat man dich geschickt? Er nickte. Zusammen mit Kriwitzki? Er nickte wieder. Und du hast dir das gefallen lassen? Er trank. Er wollte das Glas von neuem füllen, aber die Flasche war leer und er warf sie durch die Tür. Sie fiel auf die Veranda und rollte die Treppen hinunter. Wir hören wohl besser mit dem Trinken auf, sagte ich. Du begreifst nicht, sagte er. Du begreifst überhaupt nicht, worum es geht. Es gibt in der ganzen Welt vielleicht ein halbes Dutzend Männer, die den Damm hätten bauen können und nur ein einziger davon ist Bürger unserer Republik. Umso eher hättest du deine Bedingungen durchsetzen können, warf ich ein. Er winkte ab. Sie luden mich zu einer kleinen Besprechung mit dem Leiter der Kaderabteilung ein, sagte er. In der Gegenwart von noch ein paar anderen hohen Tieren, sie beglückwünschten mich zu dem großen Projekt, das sie mir anvertrauten und erzählten mir, was für eine Aufgabe und von welch politischer Wichtigkeit es wäre und dass sie sicher seien, ich würde es so glänzend schaffen wie immer und dass sie sich schrecklich freuten, das gleiche Kollektiv hinschicken zu können, das bei der Lung Foh Schlucht so harmonisch zusammengearbeitet hätte. Da unterbrach ich sie. Er kicherte in sich hinein, seine Augen suchten den Whisky, fanden keinen, wurden ärgerlich. Aber warum denn nur, fragten sie mich, was hätte ich denn gegen Krivitsky einzuwenden? Der Mann fände nur Anerkennung für mich. Er liefe herum und erzählte jedem, was für ein großartiger Ingenieur ich wäre und wie ich die Arbeiter begeistert hätte und dass er überzeugt sei, ohne mich wäre ein wenig zu subjektiv verhalte in Bezug auf einen unglückseligen Irrtum eines fernen Zeitungsreporters. Er bemerkte meinen Grinsen. Keine Sorge, sagte er. Ich habe ihnen die Meinung gesagt. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten Krivitsky Pissoirs bauen lassen, aber für den Damm tauge er nicht. Ich sagte ihnen, sie sollten ihn zum Nordpol schicken, aber nicht an die Bucht von Sie lächelten, sie klopften mir auf den Rücken. Warum ich bloß so störrisch wäre, sagten sie, und ob ich wirklich mich und mein eigenes Urteil über das des Kollektivs stellen wollte. Das Kollektiv sei der Meinung, dass Krivitsky und ich selbst bei einigen persönlichen Gegensätzen großartig zusammenarbeiteten und wenn Krivitsky vielleicht auch nicht der allerbeste sei, so müsse man doch bedenken, dass er nur der einfache Sohn eines einfachen Arbeiters wäre und objektiv betrachtet wäre es doch eigentlich meine Pflicht, ihm bei seiner Weiterentwicklung zu helfen. Er brach ab. Ich bin völlig ausgedörrt von dem vielen Gerede, sagte er. Ich muss noch etwas zu trinken haben. Trink Limonade, sagte ich, oder Tee. Er schüttelte sich. Du kennst das doch, sagte er. Wenn sie eine Weile auf dir herumgeritten sind, wirst du langsam weich. Du fängst selbst an zu glauben, dass du die Dinge vielleicht doch nicht so richtig siehst und dass du dich möglicherweise doch geirrt haben könntest und dass du deine persönlichen Zuneigungen und Abneigungen nicht mit dir durchgehen lassen darfst und dass größere Dinge auf dem Spiel stehen als darauf, dass absolut und hundertprozentig klargemacht würde, wer der Chef ist und sie sagten selbstverständlich und wenn das meine ganze Sorge wäre, dann sollte ich es schleunigst vergessen. Er stand auf. Er faltete eine Zeitung der vorigen Woche zusammen und begann damit auf die Fliegen einzuschlagen, wild, unsystematisch, aber mit großer Wirkung. Endlich fiel er atemlos auf seinen Stuhl zurück. Nach unserer Ankunft in der Bucht von Machaba stellte ich fest, dass jedem von uns beiden genau die gleiche Stellung gegeben worden war. Das war zu erwarten, sagte ich. Ich bin ein großer Freund der kollektiven Arbeit und des kollektiven Denkens, aber wenn jemand das Kollektiv als Knüppel über deinem Haupt benutzt, dann ist gewöhnlich etwas faul an der Sache. Warum hast du nicht nach Hause geflogen und hast ihnen erklärt, sie sollen Krivitzki den Damm bauen lassen? Das meinst du doch nicht im Ernst, sagte er. Ich bin Ingenieur. Ich verstehe, sagte ich. Ich blickte ihn an, seinen dürren Hals, seine müden Augen, die eingesunkenen Wangen und ich erinnerte mich, wie er vor wenigen Jahren noch ausgesehen hatte, straff und stämmig. Und ich wusste, dass er einen Teil seiner selbst hingegeben hatte an die Stahlträger, die sich über die Lungphoschlucht schwingen und an den Beton des Machabardamms und an die Kabel, die die Brücke über den blauen Wani halten und an alles, was er mitgeholfen hatte zu bauen, damit die Welt wohnlicher werde. Ich verstehe, sagte ich noch einmal. Ich hatte in der Machaba-Bucht nicht viel Zeit, um mich um Kriwitzki zu kümmern, begann er wieder. Ich steckte bis über beide Ohren in der Arbeit. Jede Stunde war ein anderes Problem zu lösen und der Damm wuchs und mit ihm die Menschen, die daran arbeiteten. Ich begegnete Kriwitzki nur gelegentlich. Er hatte ein Motorboot für sich organisiert und ein verkrachtes, versoffenes Subjekt als Dolmetscher gefunden und überall dort, wo er Leute bei der Arbeit fand, erschien er mit seinem Boot und sah zu, Arme in die Hüfte gestemmt und seinem schwankenden Adjutanten zuweilen bedeutsam zunickend. Manchmal richteten die Leute über diesen Kerl eine Frage an ihn und Kriwitzki gab dann eine jener Antworten, die alles bedeuten konnten und die durch die Übersetzung noch unverständlicher wurden. Es war sehr eindrucksvoll und das Verwaltungspersonal begann zu ihm aufzublicken. Ein Mann, der nichts anderes zu tun hatte, als in einem Boot herumzufahren und anderen Leuten bei der Arbeit zuzusehen, musste ein wahrer Chef sein. Die örtlichen Beamten fingen an, sich an ihn zu wenden und bald lud er sie ein zu Rundfahrten durch den Bau und erklärte ihnen den Fortschritt der Arbeit entsprechend seinen begrenzten Fähigkeiten und den begrenzten Möglichkeiten seines Übersetzers. Eines Tages hörte jemand zufällig, wie er zu einem betorbanden, juwelenbehängten Ehrengast, der mich bemerkt hatte und Näheres wissen wollte, erklärte, ach der, das ist auch ein Ingenieur, ein sehr guter zweiter Mann. Ich erfuhr das erst ein paar Tage darauf und irgendwie kam ich nicht dazu, Krivitski zur Rede zu stellen und der Mann, der mir das berichtet hatte, war inzwischen fort, sodass nichts übrig blieb als unbewiesene Worte und womöglich hätte Krivitski alles abgestritten oder auf seinen betrunkenen Dolmetscher geschoben. Und nach der Fertigstellung des Dammes fragte ich, wer hielt da die Rede? Robert senkte den Kopf. Wir beide. Wenn es je einen Augenblick gegeben hat, wo ich mich für ihn schämte, dann jetzt. Ich sprach am Anfang der Feier und er am Ende. Ich griff in die hintere Hosentasche und stellte das flache Fläschchen vor ihn hin, das ich für Notfälle stets bei mir habe. Danke, sagte er. Bitte, sagte ich. Und dann? Also habt ihr beide gesprochen, aber in den Zeitungen zu Hause, nehme ich an, wurde nur sein Name erwähnt und deiner nicht, stimmt's? Ja. Und was geschah dann? Gar nichts. Wir kamen zu Hause an und das blaue Mwani-Projekt wartete schon auf uns. Und? Robert entkorkte meine Flasche. Diesmal versuchten sie nicht mehr schonend zu sein. Sie sagten, Kriwitzki hätte bewiesen, dass er eine Chance verdiente. Sie hätten eine Menge Berichte von den örtlichen Behörden in der Machaba-Bucht bekommen und die waren allesamt des Lobes voll über Kriwitzkis Arbeit. Sie beabsichtigten, Kriwitzki zum Chef des Projekts am blauen Wani zu machen und verlangten von mir, dass ich mitgehe, um die praktische Seite der Arbeit zu leiten, während Kriwitzki sich sozusagen der Gesamtleitung des Projektes widmen sollte. Ein ziemliches Stück, sagte ich. Er schnupperte an meiner Flasche. befriedigen. Hol's der Teufel, sagte er. Da fiel mir doch diese Bemerkung Kriwitzkis wieder ein und ich fragte sie, ihr meint also, ich wäre ein sehr guter zweiter Mann. Ich lachte. Sie blickten einander an, sagte er, und dann blickten sie Kriwitzki an und dann sagten sie, naja, so ungefähr. In diesem Augenblick hakte sich Kriwitzki von seinem Stuhl los und trippelte zu mir herüber und sagte, das käme für ihn gar nicht in Frage. Für ihn gäbe es keinen ersten und keinen zweiten Mann, es gäbe nur das Kollektiv und entweder gingen wir beide zum blauen Wani oder er bliebe auch hier. Es war eine herrliche Szene. Er muss eine höllische Angst vor dem blauen Wani Projekt gehabt haben, sagte ich. Es war eine herrliche Szene, wiederholte Robert. Er goss etwas von dem Inhalt meiner Flasche in sein Glas und lauschte dem Blubblub. Der Leiter der Kaderabteilung kam hinter seinem Schreibtisch hervor und ergriff meine Hand und legte sie in Krivitzkis Hand und sagte, wir sollten uns die Hände schütteln und wies darauf hin, um wie viel großzügiger Krivitzkis Verhalten wäre als meines damals vor unserer Abreise zum Machabardamm und dass Krivitzki uns allen ein praktisches Beispiel unserer neuen Ethik gegeben hätte und dass jeder von uns daraus lernen sollte. Warum hast du nicht einfach Schluss gemacht? sagte ich. Robert trank. Er goss meinen Whisky in einem Zug herunter ohne Soda. Weil ich wusste, wie wichtig dieses Blaue Mwani Projekt war, sagte er, für das Land dort und für unseres und weil ich ein verantwortungsbewusster Bürger einer sozialistischen Republik bin, fügte er hinzu. Er verfiel in Schweigen. Der Häuptling der Fliegen hatte beschlossen, seine Truppen zurückzuziehen und nur noch die Flügel des Ventilators und die leicht schwankenden Kronen der Palmen bewegten sich. Dann kamen Stimmen, eine davon in unserer Sprache, die Einweihungsfeierlichkeiten schienen beendet zu sein. Draußen verabschiedeten sich Leute mit viel Lärm voneinander, dunkelhäutige und solche mit hellerer Gesichtsfarbe. Nur ein einziger Mann kam näher. Er trippelte die Stufen herauf, betrat die Veranda und dann den Raum. Er sah mich und zögerte. Dies, sagte Robert, ist Ingenieur Krivitski. Und auf mich zeigend erklärte er Krivitski, dass ich gekommen sei, um über die Eröffnung der neuen Brücke und über die Einweihungsfeier zu schreiben. Aber ich habe sie draußen doch gar nicht gesehen, sagte Krivitski zu mir mit einem leicht argwöhnischen Unterton und einem vorsichtigen Blick auf Robert. Ein guter Journalist, erwiderte ich, kann sich sein Material überall besorgen. Ich sah ihn mir an. Die Leute, die in die Maus getauft hatten, hatten gar nicht Unrecht, aber seither war die Maus fett geworden, aufgeschwemmt durch die Körner des Erfolges und den Speck der Selbstzufriedenheit. Also Sie haben diese Brücke gebaut, Herr Krivitski? Erkundigte ich mich gleichgültig. Wieder warf Krivitski einen Blick auf Robert. Seine Unsicherheit war offensichtlich. Nun, Sie sind doch der Chefingenieur, fragte ich weiter, nicht wahr? Bin ich, ja. Also haben Sie die Brücke gebaut. Ja, sagte er, sozusagen. Sie wissen ja, es sind doch immer die Arbeiter, ich bin selbst nur der Sohn eines einfachen Arbeiters. Wenn also Sie es sind, der die Brücke gebaut hat, fragte ich, was denken Sie wird Sie halten? Halten? Kriwitzkis Gesicht zog sich zur Nase hin zusammen und schien zu etwas verschrecktem, hässlichem einzuschrumpfen. Halten, sagte er verwirrt und beleidigt. Was meinen Sie damit? Nun, wandte ich mich an Robert, was glaubst du, wird diese Brücke nicht einstürzen? Robert hob sein Glas. Ein Fingerbreit Whisky war noch drin. Ein langsames Lächeln breitete sich über die Falten seines Gesichts. Wie kann die Brücke halten, beharrte ich, wenn er sie gebaut hat? Mach dir da keine Sorgen, sagte Robert. Die Brücke stürzt nicht ein. Er trank und schmetterte das Glas gegen den Türpfosten, als wollte er diesen statt der Brücke taufen. Er schaute Kriwitzki an, der sich geduckt hatte. Er lachte. Die Brücke wird stehen, sagte er, weil sie von Menschen gebaut wurde, von unseren Arbeitern und von den Menschen hier und weil ich ein sehr guter zweiter Mann und weil ich Kommunist bin.